Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video über die Bauernregeln und Lostage. Schön, dass ihr wieder da seid. In diesem Video werden wir uns die Bauernregeln zu den Lostagen im Monat Oktober anschauen. Und wir beginnen mit dem 1. Oktober. Regen an St. Remigius bringt für den ganzen Monat Verdruss. 2. Oktober. Laubfall an Leo Degas kündigt ein fruchtbarer Jahr. Und an diesen beiden Bauernregeln kann man schon sehen, dass da sehr unterschiedliche Themen vorherrschen. Die einen interessieren sich dafür, wie das Wetter im Oktober sein wird. Einige kündigen an, wie der Winter beginnen wird. Und wiederum andere, wie dieser hier, kündigt an, wie das nächste Jahr bereits ablaufen könnte. 6. Oktober. St. Bruno der Karteuser lässt fliegen in die Häuser. Der St. Bruno, das ist eigentlich ein Kölner gewesen im 11. Jahrhundert, der einen Orden angeführt hat. Die Karteuser, das war ein Orden der römisch-katholischen Kirche. Nur so zum Verständnis. 9. Oktober. Regnet's an Sanktionis, wird der Winter nass. Gewiss. 13. Oktober. Heiliger Koloman, schick mir einen braven Mann. Das ist dann eine Redewendung, beziehungsweise eine Bauernregel, die gar nicht so sehr viel mit dem Wetter zu tun hat und eher ungewöhnlich ist. 15. Oktober. Zu Therese beginnt die Weinlese. Das erscheint mir dann doch etwas spät, weil viele im September schon die Weinlese in Angriff nehmen. Aber diese Bauernregeln sind auch schon sehr alt und da hat sich viel geändert. Schauen wir weiter. 16. Oktober. Mit Sankt Hedwig und Sankt Gall. Schweigt der Vögel, Sang und Schall. Also genau das Gegenteil vom Frühjahr, wenn die Vögel wieder zu singen beginnen. 17. Oktober. Ist Sankt Gallus nicht trocken? Folgt ein Sommer mit nassen Socken. Noch einmal 17. Oktober. Da gibt es ein paar Bauernregeln zu Sankt Gallus. Und ich habe eine zweite herausgesucht. Viel Regen zu Gallus. Regen bis Weihnachten. 18. Oktober. Ist Sankt Lukas mild und warm, kommt ein Winter, das Gott erbarm. Einen strengen Winter haben wir schon lange nicht mehr erlebt. 21. Oktober. Sankt Ursulas Beginn weist auf den kommenden Winter hin. 23. Oktober. Wenn es Sankt Severin gefällt, bringt er mit die erste Kält. Und das war in den frühen Jahren tatsächlich und Jahrzehnten tatsächlich oft der Fall, dass es im Oktober selbst im Flachland schon geschneit hat. In den letzten Jahren haben wir eher 20 Grad gehabt und sind noch mit der kurzen Kleidung laufen gegangen. Also da hat sich schon viel verändert. 25. Oktober. Mit Crispin sind alle Fliegen hin. Das heißt, der Oktober ist auch ein Monat, in dem die Tierwelt eine große Veränderung erlebt. Und dann haben wir den 28. Oktober. Simon und Judah, die zwei, führen oft Schnee herbei. Und dann haben wir noch den 31. Oktober. Sankt Wolfgang Regen verspricht ein Jahr voll Segen. Und das waren jetzt die Bauernregeln auf Basis der Lostage, also auf Basis bestimmter Tage vom Datum her. Die im Oktober interessanterweise teilweise bis Ende des Monats, aber hauptsächlich bis Weihnachten reichen. Und schon weit darüber hinaus sogar schon mit Aussagen, wie die Ernte im nächsten Jahr verlaufen könnte. Und ja, ich hoffe, da waren ein paar Interessante dabei und vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.